Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es zum zweiten Mal um die Frage, für wen ist die AfD die richtige Wahl? Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Dies ist das zweite Video, in dem ich verdeutlichen will, dass die AfD eine Partei für alle ist und werde es auch begründen. Manche Personen können sich als potenzielle AfD-Wähler auch in mehreren Kategorien wiederfinden. Da das Thema sehr umfangreich ist, wird die Frage in mehreren Videoen vorgesetzt. Das erste Video verlinke ich in der Videobeschreibung. Beantworten wir jetzt weiter die Frage, für wen ist die AfD die richtige Wahl? Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten und Pflegekräfte wählen die AfD. Mit der AfD hätte die Budgetierung für Behandlungen und Therapien ein Ende. Zudem würde eine jede Praxis entbürokratisiert werden. Einem jeden Patienten soll so geholfen werden können, wie es die medizinische Notwendigkeit bedarf. Zudem würde eine moderne und digitale Ausstattung für medizinische Praxen entsprechend gefördert werden. Als Förderung der häuslichen Krankenpflege wird benötigtes Material für die Patienten zur Verfügung gestellt. Eine gerechte Bezahlung von Pflegekräften wird bei der AfD darüber hinaus nicht vergessen. Apotheker wählen die AfD. Die AfD wird sicherstellen, dass die Medikamentenbeschaffung uneingeschränkt möglich ist. Um Abhängigkeiten von anderen Ländern zu minimieren, wird die Herstellung von Medikamenten im eigenen Land gefördert. Ein Video über die Pharmaindustrie findest du in der Videobeschreibung. Schwerbehinderte und Pflegebedürftige wählen die AfD. Die AfD steht für den Ausbau und die Förderung der häuslichen Krankenpflege. Das Pflegegeld wird dafür der stationären Pflege in Pflegeeinrichtungen angeglichen. Durch den Erhalt der Förderschulen wird sichergestellt, dass jeder entsprechend seiner Fähigkeiten unter Berücksichtigung bestehender Einschränkungen gefördert wird. Inklusion soll nur stattfinden, wenn dem schwerbehinderten Schüler kein Nachteil entsteht. Auch in Werkstätten für Behinderte soll die Bezahlung der geleisteten Arbeit entsprechend und keinen Hungerlohn darstellen. Die AfD setzt sich für eine Barrierefreiheit ein, die niemanden mehr beeinträchtigen wird. Ein Video zum Thema Pflege findest du oben unter dem i. Polizisten und Ordnungskräfte wählen die AfD. Der linksextremen Feindlichkeit gegen Polizei und Ordnungskräfte würde entgegengewirkt werden. Die Polizei würde in ihren Möglichkeiten gestärkt werden und die Ausrüstung wird modernisiert und in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Terrororganisationen wie die Antifa würde die Möglichkeit genommen, den Ordnungskräften das Leben schwer zu machen. Angriffe auf Polizei und Ordnungskräfte würde stärker geahndet und bestraft werden. Ein Video zur linken Gefahr findest du oben unter dem i. Ein Video zum Thema Polizei und Rettungsdienst findest du in der Videobeschreibung. Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Notare und Juristen wählen die AfD. Die Justiz wird mit der AfD unabhängig. Das Einsetzen von Bundesrichtern durch Politiker und die Einflussnahme und die Weisungsbefugnis durch das Justizministerium hätte ein Ende. Die Einsetzung der Richter würde durch ein internes Gremium erfolgen. Ein Video zum Thema Strafen findest du in der Videobeschreibung. Erstwähler und ehemalige Wähler von CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne und Linke wählen die AfD. Aus der Enttäuschung der alteingesessenen Parteien heraus, die nur selten zum Wohl des eigenen Volkes Entscheidungen treffen und ihre Wahlversprechen nicht einhalten, ist die AfD die einzige Partei, die zumindest mit ihren Anträgen versucht, ihre Wahlversprechen einzuhalten. Wer seine Wahlversprechen nach der Wahl vergisst, ist es nicht wert, gewählt zu werden. Ein Video zum Thema Wahlprogramme findest du oben unter dem i. Homosexuelle und queere Menschen wählen die AfD. Jeder hat das Recht auf Intimität und Anonymität. Dass sich Menschen durch die Regenbogenbewegung zwangsweise öffnen müssen, beziehungsweise ihre sexuelle Einstellung offenlegen und in die Öffentlichkeit tragen müssen, ist abzulehnen. Mit der AfD bleibt die Entscheidung für diesen höchstpersönlichen Lebensraum bei den betroffenen Menschen persönlich. Jeder soll so leben, wie er glücklich wird. Aber niemand soll genötigt werden, Persönliches offen zu legen. Ein Video zum Thema Gender ist in der Videobeschreibung. Bürger aus den neuen Bundesländern wählen die AfD. Nur durch die AfD bleibt dieser Region ein weiterer Strukturwandel erspart. Der schmerzhafte Strukturwandel in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung ist bis heute noch nicht ganz überwunden. In Ostdeutschland will man zur Ruhe kommen, bevor weitere Veränderungen vorgenommen werden. Zudem haben Bürger in Ostdeutschland, da sie in der DDR eine Diktatur erlebt haben, ein Gespür dafür, wenn in der Politik etwas in die falsche Richtung läuft. Eingebürgerte Migranten wählen die AfD. Die als Gastarbeiter eingewanderten Migranten, heute bereits im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, haben geholfen, Deutschland wieder aufzubauen. Sie sehen durch die derzeitigen Fluchtbewegungen und Verhaltensweisen zugewanderter Migranten seit 2015 ihren Ruf gefährdet und sehen in der Zuwanderung eine Gefahr für ihre Integrität. Nur mit der AfD würde dieser unkontrollierte Zustand beendet werden, sodass sich die Gastarbeiter wieder sicher fühlen. Ein Video zum Thema Migration findet ihr in der Videobeschreibung. Christen und Juden wählen die AfD Durch die andauernde Islamisierung in Deutschland ist die christliche Kultur in Gefahr. Zudem wird durch die Zuwanderung vorwiegend muslimischer Migranten ein extremer Antisemitismus nach Deutschland importiert. Mit der AfD werden die jüdisch-christlichen Werte hochgehalten und der Islamisierung ein Riegel vorgeschoben. Ein Video zum Thema Religionen findest du in der Videobeschreibung. Arbeitnehmer wählen die AfD Der Mindestlohn wird beibehalten. Auch wenn der Lebensunterhalt durch Sozialzuschüsse aufgestockt werden muss, bleibt bei Personen, die arbeiten, ein spürbarer Mehrbetrag des Verdienstes zur Verfügung und wird nicht angerechnet. Die Zahlung von Arbeitslosengeld I wird entsprechend der vorgegangenen Arbeitsleistung ausgeweitet. Leiharbeitnehmer werden mehr verdienen als die Stammbelegschaft, da sie flexibler sein müssen. Zudem wird für alle Bürger die Steuerlast sinken. Anstelle Arbeitnehmer steuerlich überzubelasten, wird es eine Digitalsteuer geben. Ein Video zum Thema Arbeit und Soziales findest du in der Videobeschreibung. Das war das zweite Video mit der Frage, für wen ist die AfD die richtige Wahl. Die AfD ist die einzige Partei, die mit einem gesunden Menschenverstand noch wählbar ist. Die AfD ist die AfD. Untertitelung des ZDF, 2020